Herzlich Willkommen bei SAFE Closer. Mein Name ist Jan Demir, ich bin Founder und Designer von SAFE. Mein Name ist Marco Vogt, ich bin Mit-Founder und zuständig für Qualität und Schnitte der Textilien. Wir sind heute bei Soundhouse 7, um einen Track aufzunehmen für unsere neue Kollektion mit Raptor S, Terry T und Mercy. Und jetzt zeigen wir euch einen Einblick hinter die Kulissen. Hi Jan, alles klar, was geht? So Freunde, dann kommt mal mit, wir zeigen euch das Studio. Wir haben auf jeden Fall richtig Bock drauf, mit den Jungs von SAFE Closing das Ding durchzuziehen. Wir hoffen, es wird ein geiler Track. Ich zeig euch mal den Skiraum. Servus, das ist Thomas Helging, unser Producer heute. Kommt mal mit, ich zeig euch die Aufnahmekabine bzw. den Aufnahmeraum. Hier hoffen wir, dass wir dann heute einen erfolgreichen Recording-Tag haben. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf das Projekt. Seid gespannt! Wir sehen uns auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020